Hallo liebe Leute, ich hoffe es geht euch gut. Ein Ding mit dem Creator, wie ich zum Beispiel, sich ihren Lebensunterhalt finanzieren, ist Werbung vor YouTube-Videos. Und generell funktioniert viel mit Werbung heutzutage. Nur habe ich als User selten Lust mir die Werbung anzuschauen und deswegen wäre es doch eigentlich geil, wenn man Werbung vor Videos vorspulen könnte. Wie das funktioniert, das zeige ich euch in diesem Video und ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. Selbstverständlich kann man sich auch einen Adblocker installieren und man sieht gar keine Werbung mehr. Das wäre aber doof für mich, weil dann verdiene ich nichts an diesen Videos, die ich hier für euch mache, weil eigentlich kriege ich ja gar nichts dafür. Wie auch immer. Die meisten Videos schaue ich im Microsoft Edge Browser und dafür gibt es eine schöne Erweiterung, die es aber auch für Firefox und Google Chrome gibt und die schimpft sich Global Speed. Selbstredend ist das Ding völlig kostenlos. Es ist sogar Open Source Software, das heißt, wenn ihr da gut drin seid, könnt ihr sie selbst noch verbessern. Und wie das alles funktioniert, würde ich sagen, erkläre ich euch mal eben hier am Bildschirm. Bildschirm, was spricht denn so? Okidoki, um Global Speed auf euren Rechnern zu installieren, müsst ihr natürlich euren Browser öffnen. Es ist völlig egal, welchen Browser ihr nehmt. Edge, Google Chrome oder Firefox. Ich habe hier den Edge und ihr habt jetzt mehrere Optionen zur Auswahl. Entweder geht ihr hier oben rechts auf die drei Punkte, auf Erweiterung, dann seht ihr hier eure aktuell installierten Erweiterung. Ich habe Global Speed schon installiert und habt ihr das nicht, dann geht ihr hier auf Erweiterung für Microsoft Edge abrufen und dann könnt ihr hier nach Global Speed suchen. Das erste, was ihr hier oben als Suchergebnis seht, ist die Browser-Erweiterung, um die es in diesem Video geht. Alternativ geht ihr auf die Seite von GitHub. Da habt ihr nicht nur die Möglichkeit, euch die passende Version für euren Browser runterzuladen, sondern ihr seht auch gleichzeitig nochmal die Bedienungsanleitung für Global Speed. All das braucht ihr nicht, denn Global Speed bekommt ihr in diesem Video erklärt. Und unten in der Videobeschreibung habe ich euch die jeweils passenden Browser-Erweiterungen reingepackt. Zumindest die Verlinkung dazu. Habt ihr Global Speed einmal installiert, seht ihr hier oben rechts ein kleines Play-Symbol mit einer 1 drunter. Wenn ihr damit der linken Maustaste, also mit dem normalen Zeigenfinger-Maus-Tasten-Druck drauf drückt, dann öffnet sich ein kleines Optionsmenü. Und wir gehen das einmal kurz durch. Hier könnt ihr die Erweiterung ein- oder ausschalten. Unter dieser Pinnnadel könnt ihr die Geschwindigkeit für einzelne Tabs, also hier zum Beispiel YouTube offen und hier Wetterkommen oder hier Netflix oder Amazon Prime. Da könnt ihr jeweils für den jeweiligen Tab die Geschwindigkeit anpinnen. Das heißt, wenn ihr dann nur auf YouTube die Geschwindigkeit ändert, ändert es sich nicht hier unbedingt im Amazon Prime Video oder so. Wenn wir auf dieses kleine Lautsprechersymbol klicken, haben wir diverse Einstellungsmöglichkeiten, was wir mit dem Ton des jeweiligen Videos machen können. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie benutzt. Ihr könnt ja mal spaßeshalber ein bisschen hier drin rumspielen. Ist ganz witzig. Drückt ihr hier oben auf den Blitz, könnt ihr diverse Videoeinstellungen vornehmen. Ist ganz witzig mal anzuschauen. Wir können das mal kurz machen hier an einem Video meinerseits. Ich mache euch mal den Ton hier aus, sonst hört ihr das doppelt. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel sagen, okay, ich hätte das Ganze gerne in Sepia. Oder wir spielen hier ein bisschen an den Farben rum. Wir können es zurücksetzen. Wir möchten es gerne grau haben oder nicht. Warum auch immer man sowas haben möchte, ihr könnt hier dran rumspielen, wie ihr möchtet. Ja, letztendlich könnt ihr hier nichts dran kaputt machen. Ihr könnt hier oben immer wieder zurückgehen, es ausschalten oder was auch immer. Unter diesem kleinen Zahnrad hier verbergen sich weitere Einstellungen. Dazu kommen wir gleich. Klickt ihr hier auf diese kleine komische Katze, öffnet sich nochmal die Seite von GitHub mit der Global Speed Erweiterung, die ich euch ebenfalls unten verlinkt habe. Etwas weiter unten habt ihr die Möglichkeit, die Geschwindigkeit quasi mit der Maus zu steuern, wenn ihr hier oben drauf klickt, dass ihr sagt, ich möchte dieses Video in 0,25-facher Geschwindigkeit anschauen. Also etwa viermal langsamer als normal. Macht in der Regel keinen Sinn. Standardversion ist natürlich einfach. Hier könnt ihr nochmal ein Hundertstel Schritten quasi weitergehen. Und über diese Doppelfeile hier könnt ihr die Geschwindigkeit in Zehnerschritten gehen. Wundervoll. Pausieren wir einmal kurz das Video und dann gehen wir in die Einstellungen. In den Einstellungen wird es einmal spannend, denn hier können wir verschiedene Einstellungen vornehmen, mit denen wir uns das Leben letztendlich deutlich erleichtern, weil wir nur noch einzelne Tasten drücken müssen. Gehen wir einmal von oben nach unten durch. Wir können hier oben die Sprache einstellen, haben aber leider kein Deutsch dabei, also müssen wir Deutschen mit Englisch Vorlieben nehmen, es sei denn, wir können hier sowas hier. Ich kann es nicht. Wir können hier ein Dark Theme einstellen, falls uns das interessiert. Wir können den Indikator in den Videos verstecken. Das Anpinnen können wir auch verstecken. Das Feedback Volume, das drehe ich hier mal ganz leise, weil es nervt eigentlich nur, wenn man da irgendwie was dran rumfummelt, finde ich beim Video. Ist aber jedem selbst überlassen. Und Pin by Default heißt, dass wenn ihr einen neuen Tab öffnet, dann ist die Geschwindigkeit der Browser-Erweiterung gesetzt, die aktuell gesetzt ist. Unter diesen drei Punkten haben wir noch einen Fullscreen-Support und einen Ghost-Mode, keine Ahnung, was das ist. Und hier können wir noch von dem Indikator, das heißt oben links das Symbol, was euch die Geschwindigkeit des aktuellen Videos anzeigt, können wir noch in der Größe ändern, in der Farbe ändern und wie rund das ist. Also eigentlich alles gar nicht spannend. Spannender wird es hier unten bei den Shortcuts. Ich habe die meisten Shortcuts aus, weil ich letztendlich nur mit ein paar arbeite. Standardmäßig ist Key A, also die Taste A auf ihrer Tastatur, mit minus 0,1 gesetzt. Ich habe das hier auf 0,25 erhöht, da muss ich nicht so oft drücken. Geht meines Erachtens ein bisschen schneller. Die Taste S ist bei mir belegt mit der Standardgeschwindigkeit 1, das heißt, wenn ich mit 16-fach irgendwie eine Werbung vorspule oder so, kann ich mit einem Tastendruck auf S einfach wieder auf Geschwindigkeit 1 stellen und ich sehe das Video normal. Mit D beschleunige ich die Geschwindigkeit und zwar um ein 0,25-faches, das heißt immer um ein Viertelschritt nach oben. Und die anderen habe ich alle deaktiviert, die könnt ihr euch aktivieren oder nicht. Je nachdem, für wie sinnvoll ihr die erachtet oder wie oft ihr es braucht, müsst ihr euch einfach mal hier dran ausprobieren. Unter den URL-Rules könnt ihr noch einstellen, welche Webseiten mit welchen Geschwindigkeiten eingesteuert werden. Macht für mich auch nicht persönlich viel Sinn, weil über die Schnelltasten ist man doch schon relativ schnell. Kommt ihr überhaupt nicht klar mit dem Programm, dann schaut ihr dieses Video hier quasi nochmal von vorne, geht auf die GitHub-Page oder lest einfach die Fox. Jetzt würde ich sagen, zeige ich euch das Ganze nochmal im Betrieb, damit ihr auch wisst, wovon ich rede. Dazu öffnen wir einfach mal dieses Video hier von mir und schauen, was man damit machen kann. Ton ist an, damit ihr auch mitbekommt, wie das mit dem Ton funktioniert, wenn ihr das Video beschleunigt. Standardmäßig könnt ihr hier auf YouTube sagen, okay, ich würde dieses Video gerne in einer anderen Wiedergabegeschwindigkeit sehen und da können wir entweder von einer Viertelgeschwindigkeit bis zur zweifachen Geschwindigkeit gehen. Das hat schon mal den Vorteil, dass man Informationen wesentlich schneller aufnehmen kann und ein Video deutlich, deutlich schneller durchschauen kann und bis zu dem Punkt kommt, wo es für einen wirklich spannend wird. Gehe ich hier oben auf die Geschwindigkeit, kann ich jetzt einfach sagen, okay, zeige mir das Video in zehnfacher Geschwindigkeit, was kein Mensch mehr versteht, aber ich könnte es machen und das Video läuft deutlich schneller durch. Okay, drücke ich jetzt mal mir die Taste S, springt es wieder, ihr habt es hier oben gesehen, auf die einfache Geschwindigkeit. Mit einem Tastendruck auf D beschleunige ich einfach das Video, ihr seht das hier oben. Und mit A können wir das Ganze wieder langsamer machen, wenn es uns viel zu schnell ist. Beim längeren Gedrücktheit in der Taste A oder D steigt die Geschwindigkeit bis zur maximalen Frequenz nach oben oder nach unten oder ihr springt halt einfach wieder auf 1, wenn es euch zu schnell wird. Okidoki, auch jetzt ist das Video schon durch. Also ihr hättet jetzt mit Global Speed quasi die Möglichkeit, entweder hier über das Zahnrad die Geschwindigkeit einzustellen, über Global Speed per Tastendruck hier oben oder mit den Shortcuts, die wesentlich schneller und komfortabler sind und quasi auf jeder Webseite funktionieren, die ihr euch vorstellen könnt. Wenn wir jetzt mal auf YouTube sind und ich mache jetzt meinen Adblocker hier aus, dann kriegen wir auf jeden Fall Werbung zu sehen. Aktualisieren wir das Ganze mal und schon sehen wir Werbung von meinen Videos und die können wir auch vorspulen. Können wir natürlich auch überspringen, ich habe nur überspringbare Anzeigen. Und dann springen wir einfach wieder auf einfache Geschwindigkeit und sind im Video. Und das funktioniert nicht nur auf YouTube, das funktioniert auch hier auf wetter.com zum Beispiel. Haben wir auch ein bisschen Werbung. Springen wir vor. Und springen wieder auf einfache Geschwindigkeit und schauen uns das Video an. Wobei den Wetterberichten kann man auch meistens in dreifacher Geschwindigkeit gucken. Ja, wie geil ist das denn? Ja, geil, oder? Und je nachdem, wie schnell derjenige in einem Video spricht, der da spricht, je nachdem könnt ihr die Geschwindigkeit des Videos anpassen. Also es gibt tatsächlich Video Creator, die kann man in vierfacher Geschwindigkeit gucken. Die sind aber in normalen Geschwindigkeit kaum zu ertragen. Und es gibt auch ultra lange Videos, die wirklich interessant sind. Aber man hat nicht unbedingt immer die Zeit, sich eine halbe Stunde da hinzusetzen und das Ding dann anzuschauen. Und deswegen ist eine doppelte Geschwindigkeit schon ziemlich cool. Und eine dreifache ist noch viel geiler, weil dann habt ihr es in zehn Minuten statt in einer halben Stunde geguckt. Und das ist schon ziemlich fett, oder? Das spart natürlich ultimativ Zeit, die ihr auch damit verbringen könnt, die Werbung vor den YouTube-Videos zum Beispiel zu gucken, mit denen wir unseren Lebensunterhalt verdienen. Yo, macht wahrscheinlich keiner. Wie auch immer, wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu Global Speed habt oder generell mal meine Browser-Erweiterung sehen wollt und wissen wollt, womit ich so arbeite, dann mache ich dazu gerne noch ein Video. Und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann gebt dem Ganzen doch ein Like. Falls ihr jemanden kennt, der das nützlich findet, dann teilt es mit ihm. Und denkt unbedingt daran, diesen Kanal zu abonnieren, falls ihr es auch nicht habt. Und dann die Glocke zu drücken, weil das gehört irgendwie zusammen. Ansonsten würde ich sagen, das war es mit diesem Video. Wir sehen uns hoffentlich und garantiert im nächsten Video. Ich sage, haut da rein. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. 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 Bis zum nächsten Mal.